So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Trine. Grüßt euch meine Freunde. Und ich beginne wieder toll, ich bin tot. Das läuft doch. Da ist ein Speicherpunkt, da ist ein Speicherpunkt. Geht wieder durch. Achso. Oh, das riecht doch nach einem Zwischenboss. Das riecht... Ah, ja, ja, ja. Oh, es ist natter. Hallige Scheiße. Aber ich kann dir was machen, ich weiß es. Zack, hast du gesehen? Hast du das gesehen? Ne, ne. Hast du das gesehen? Schlag dich doch nicht raus. Richtig im Arsch gehauen, Alter. Du Arschkriecher. Bam, Alter. Pam. Kiss dich. Ne, da ist er noch. Den töt ich. Den töt ich. Das ist mein Kill. Mein Kill. Uh. Uh. Ähm. Na. Zah. Was bin ich hier? Mana mit Mana-Fioli wieder aufgefüllt. Uh. 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 Du könntest hier einfach nie, kriegen wir nix. Sag mal, willst du uns das geben? Ne, das gibt mir nichts. Alles klar. Dies ist der Weg zum Schloss. Ihr seht in der Nähe des Verlheses. Es muss Essen ins Schloss geben. Auf zum Schloss. Was für ein Betttag. Hebel benutzen. Achso. Ah. Das ist auch mein Koffer. Nice one. Kannst du bitte da runterstellen, Mike? Bitte? Vielleicht. Dann machte ich das schon. Hahaha. Hahaha. Warte, war da unten vielleicht was? Vielleicht erfahren. Ah. Huuuua. Ah. 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 ist nicht fast als im Prinzip für sie das ist aber ich bin der König des Schlosses ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg kleiner Lappenluch hey, wirst du bitte meine Tenor, ich beleide ja auch nicht immer deine nicht immer nur beleidigst du dich ja ist ja nicht so, dass ich irgendwie tot bin, ja aber los, geh durch wo durch ja ohne ich vom letzten treffen zu lassen, ja ich versuche das ja aber ich kann springen, okay äh wie komm ich eigentlich rüber ja warte ich kann da da ist ein Erfahrungslöschen gibst du da oben irgendwas? weiss nicht, weiss nicht ob man das kaputt schlagen kann aber wahrscheinlich geh mal weiter oh das ist nicht klar ja alles klar beginnt schon wieder oh fuck alter ja aber ich glaub da oben kannst du nicht machen ne der kann nichts machen ja am letzten Check beim Vorsetzen bitte ja, danke soo komm jetzt aber richtig da ist ein Erfahrungslöschen auf jeden Fall da oben das müsstest du runterschießen warte, warte noch nicht hoch warte ich geh da zuerst hoch da gehen sie war das gut war das gut? war das gut? war das gut? war das gut? das war wunderbar und nur Rücksicht auf Verluste oh mein Gott kommt er weit mit dem Feuer der ist tot warum? weil ich den weil ich hab gleichzeitig Pfeile abgeschossen aus dem achso ja ok mit dem Ding in der K wollen wir so hochgehen? hm 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 ja ja ah 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 super ah Junge ich hoff das war ne schon wieder von hier aber haben wir das mitfahrendes Glecht ja ja so das wäre hier nicht die Kiste das Glecht ist immer noch tot das freut mich doch ok der Tote ist immer noch tot nice Passa ja aber aus euch hin runter ja vielleicht machen sie ne Planke ja ja das hab ich hab ich doch schon vorher gewusst meine Güte fliegt immer noch runter machen sie das alleine ja hab keine Lust mehr also das läuft super ja das ist ein Spiel ah hier ist ein Speicherpunkt Sprecherpunkt boah das ist ein Spiel für die ganze Familie mein Freund auf jeden Fall so für zwei ja voll über die Falle getappt auch auf der Typ hat die Wur ja warum machen wir hier ein bisschen Blanking genauso ja du bist so scheiße ha 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 da kann ich mich nicht auf was hier wissen wir Linie machen wir oben oder ich mach den Abgrund Auf den Fuß, das muss doch weh tun, da machen wir nach da oben hin, na also mit dem Zauberer, das glaube ich, ich wollte schon sagen, ja, ähm, so, boah guck mal da rechts, siehst du das rechts, siehst du mir den Schatten hoch springen, ja, das Witzige ist, ich bin mir gerade hochgesprungen und auf deinem Bildschirm geguckt, das funktioniert super, spende drauf, schnell, boah, der Jump and Run König, echt, machen wir nochmal da oben, vielleicht können wir da oben auch mal reden, bitte, was, nochmal eben nach da oben, ich will wissen, ob da irgendwas ist, wenn die Dinger hochsprungen, ach so, ja, du bist dann unter und sprungst, um ein bisschen mein ist verweh, versehen gewesen, ja, boah, Alter, ist das weggekommen, ja, da oben ist noch eine Erfahrungsfläche, warum besteht das unter und sprich, ich wollte mal gucken, wie weh, kannst du mich nicht da dranhängen, ne, ne, echt nicht, ne, das ist aus Metall, kein Holz, das könnte ich dir einfach hier, das können sie machen, aber bitte bringen sie mich erst da hoch, das gibt's doch nicht, machen wir das nochmal, oh, Junge, wie willst du das jetzt mit dem machen, ich kann da hochlaufen, ich komm nicht hoch, mein Gott, hey, was ist das denn, was ist das denn, wie du Scheiße, Junge, ich will hier, so, jetzt machst du bitte alles richtig, war das gut, bitte mach mal größere, meinst du, nein, wenn ich nicht, ne, naja, ja, versteckte Hmm, du bist nichts, also lass du, lass mich, lass mich da einfach so irgendwas machen, so, warte, lass mich da einfach da hinweg zu machen, lassen es da oder machen es da noch einmal, make a abganch這樣, cool, wenn du ein bisschen accentusnd Hawaii hat, ich und ich gültig etwas weniger, abganch dieses des modes груп ist also, was ist das denn, ob wir, thema sind mal, blamême,件 stadt頌肉ie handen, ja, 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 warte ich muss erst wieder an luft hilfe ich krieg die dicker gleich ins gesicht ok dann guck mal ob da oben was ist ach steht jetzt kann ich den kuss haben ich habe das skelett hier ja nimm ok dann gehen auch mal nicht nach unten sondern gucken ob ich da irgendwo nach oben weiter geht oder ob da oben irgendwas versteckt ist dann gehen wir nach unten man kann hier schwimmen sind sie da ich mach den hebel hier oben ich bin grad unter dir warte bevor wir den hebel hier irgendwo machen vielleicht wuhuu wuhuu hä? ok mach ah nein pass auf feuer pass auf feuer warte 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 ist doch schwerwillender ey warte 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 lass die erstmal runterkommen dann töten die dich selber ja mal was machst du da warum ich bin damit hochgefahren ach soo ach das ist ein Fahrstuhl ok ich hätte jetzt nicht wissen wusste ich auch nicht äh ach warte gibst du mir bitte warte ich will wissen passiert irgendwas oder ist irgendwas hier ok zack boah hat super funktioniert mein freund ich habe vergessen wie man damit durchrennt wie machen wir das nochmal wo bist du überhaupt kannst du dich bitte wieder her zaubern da bin ich danke ah warte der speicherpunkt ist jetzt da unten ne ach machen wir weiter ok geh durch warte pass auf was drückst du geh durch schnell ich glaube da oben ist irgendwas ja da oben ist irgendwas ja der Typ ist ja tot ja ach genau aber ne kannst du den Zauberer da bewegen ja ah pass auf jeder weg kannst du mir das dinge dagegen werfen was ist das dinge die gerade runtergefallen sind warte mal kommst du da hoch kannst du das erinnern nämlich versuch mal hoch ne gar nicht ne werfen wir so ein dinge dagegen was sind dinge ach soo die ja vor sich her wollen stimmt damit habe ich hier fast getötet äh 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 komm runter komm runter los jetzt aah oh los pikachu ne 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 super komm das dinge irgendwie müssen wir was kriegen du kannst dich nicht hoch äh katapultieren richtig ne ne aber kann ich dir dann mit langen hin packen ah ah das war super funktioniert mein Freund ich hänge da drin fest oh ich bin da super ich hänge da drin da kann man nichts mehr machen ne laufen wir weiter halt also ich guck mal gehen wir erst zum Schweicherpunkt ja ach du kannst ach ja stimmt du kannst mir zum schon ah 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 hilfe hilfe oh oh pack auf oh alter wie viele wie mach man diesen rampage motor äh mit lt genauso also du machst das da unten aber ich schwimm mich rüber ok was passiert da ist was dir aufgegangen ah ich kann hier hoch dann gehen sie mich hier hin dann kann ich glaube ich ähm warte ich bin hier grad oben ne ne ok und das sind spinnen dann bin ich gar gar nicht hoch das sind spinnen ich hab noch nie hier spinnen gesehen oder oder gab's die schon mal ne ne ok nimmst du die ja so ganz einfach wo können wir rücken siehst du gleich wenn echt ist spring mal rüber kommst du her du musst doch gar nicht nach oben ich bin schon nach oben gegangen du x ok spring mal rüber dann kommt bei dir was risiko nicht so schnell ja so spinne so aber wir beenden den party wieder oh die können ja spuckern jetzt nicht mehr wir beenden den party wieder und wir sehen uns wieder beim nächsten mal haut rein tschüss 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 hab ich das gesehen das war einfach so knapp das hätte ich nicht geschafft und wir haben versucht noch vorher halt da drauf zu klicken und das war puke not weit